Ich habe das schon auch gemacht in meiner Karriere. Natürlich waren die Spieler nicht der Freude, aber ich bin ja nicht da, um für die Spieler nur Freude zu verbreiten, sondern ich bin dafür da, dass wir erfolgreich mit Eintracht sind. Und das war nicht, wir hatten die Überlegung umzustellen auf eine Viererkette. Wie gesagt, das ist, ja, ich will da gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber wir haben uns dann halt am Ende entschieden, das noch nicht zu machen und erst in der Halbzeit dann die Wechsel vorzunehmen. Jetzt kann man sagen, es war zu spät. Wenn wir verlieren, ist das auch völlig legitim und richtig. Wir haben halt so entschieden und am Ende des Tages bin ich und sind wir alle heute schuld an dieser Niederlage. Also ich will das jetzt gar nicht auf die Spieler in keinster Weise abwälzen, sondern es war von uns allen einfach zu wenig. Von mir auch. Hätte ich vielleicht auch ein Stück weit früher schon ins Spiel noch mehr eingreifen können. Ich ansieue mich gerade über die Frage, weil wir haben mit Dreierkette begonnen im 3-4-3 wie letztes Jahr, dann hat es nicht geklappt. Dann haben wir auf Viererkette umgestellt, dann war die Viererkette schuld, dass Philipp Kostic nicht mehr seine Stärken ausspielen kann und wir nur unentschieden spielen. Dann war die Fünferkette aber das Supersystem gegen Bayern München und heute war es wieder schlecht. Also von dem her, ich habe das schon oft gesagt, sorry für die Wortwahl, es ist scheißegal, in welchem System wir spielen. Es ist scheißegal, in welchem System wir spielen, wenn wir unsere Aufgaben nicht machen, wenn wir keine Staffelung haben, ob Viererkette, Fünferkette, ist egal. Wenn wir mit den Sechsern mit fünf Ballkontakten spielen im Zentrum, verlierst du den Ball in der Bundesliga. Punkt. Ob wir mit einem, mit zwei oder mit sechs Sechsern spielen, ist scheißegal. Und das müssen wir verbessern.